schönen guten abend willkommen zur veranstaltung sonderwirtschaftszonen in afrika entwicklungsmotor oder ausverkauf eine veranstaltung der rosa luxemburg stiftung und des büros von mdb eva maria schreiber mitglied der linksfraktion und dort auch frau auch im ausschuss für wirtschaftliche entwicklung und zusammenarbeit mein name ist claus wieder könig ich leite das büro der rosa luxemburg stiftung für westafrika in dakar kaum eine wirtschaftspolitische maßnahme ist in afrika populärer als steuerliche ausnahmeregelungen und insbesondere sonderwirtschaftszonen zunehmend werden sie im rahmen der entwicklungszusammenarbeit gerade von der bundesregierung gefördert wir wollen heute abend der frage nachgehen funktionieren sonderwirtschaftszonen als wirtschaftspolitische maßnahme welche form und welche richtung der wirtschaftspolitik befördern sie und wie sind die fiskalpolitischen wirkungen dazu haben wir vor allen dingen erstmal marcus henn als referenten gewonnen er ist referent für finanzmärkte beim netzwerk weltwirtschaft ökologie und entwicklung weed vor 30 jahren noch ein zartes pflänzchen heute aber in der internationalistischen fachwelt nicht mehr wegzudenken diese organisation er ist außerdem koordinator im netzwerk steuergerechtigkeit in deutschland er ist autor der studie für die rls illusion der souveränität sonderwirtschaftszonen und sondersteuer in afrika und ist dort diesen fragen nachgegangen im rahmen dieser studie er wird also diese studie im rahmen dieser veranstaltung der öffentlichkeit vorstellen und gerne können sie die studie im internet herunterladen auf der webseite der rls oder auch die druckversion bestellen dr frauke bannse frauke bannse wird die studie kommentieren im anschluss frauke bannse ist diplom politologin und wissenschaftliche mitarbeiterin an der uni kassel eine intime kennerin der gewerkschaften in westafrika nicht zuletzt durch ihre dissertation und eine scharfsinnige analytikerin der deutschen und europäischen afrika politik die veranstaltung gleich eröffnen wird eva maria schreiber auch noch dann die fragerunde eröffnen wie gesagt sie ist in der links fraktion obfrau im ausschuss für entwicklung und zusammenarbeit an der veranstaltung weiterhin beteiligt sind inhaltlich organisatorisch nicht nur in der vorbereitung sondern jetzt auch in der durchführung steffen vogel und franz hat rechsel vom büro schreiber und aus der rosa luxemburg stiftung ein paar technische hinweise und sonstige hinweise bevor wir loslegen ich werde die dann nachher noch mal wiederholen zu er zunächst mal wird zeichnen die veranstaltung auf bis zu dem punkt wo freigegeben wird für fragen und antworten und so weiter dann würde das weitere aufzeichnen der veranstaltung datenschutz rechtlich sehr sehr problematisch werden sie können dann die frage und antwort funktion die finden sie auf dem manchmal muss man dazu die maus bewegen unten auf ihrem bildschirm als f und a oder q und a funktion je nachdem welche sprache bei ihnen eingestellt ist wenn sie einen beitrag leisten wollen können sie den mündlich oder schriftlich leisten und dafür bitten wir sie dann in dieser frage und antwort funktion kurz einzugeben audio dann werden sie akustisch zugeschaltet wie video würde bedeuten dass man sie dann auch sehen kann da ist dann eine kurze pause erforderlich bevor das geht weil so technisch so funktioniert oder schriftlich dann wird die frage einfach vorgelesen und man hört und sieht sie nicht direkt sondern nur den inhalt ihrer frage also sie bestimmen dadurch auch was von ihnen dabei welche daten oder bilder von ihnen dann in diesem rahmen öffentlich werden wie schon gesagt aufgezeichnet wird dann nicht mehr und natürlich mit der option video würden sie dann auch zustimmen dass diese bilder zumindest jetzt im moment dann entsprechend weiter verbreitet werden ja und damit gebe ich weiter für eröffnende worte an eva maria schreiber mit des bundestages der linkfraktion eva du hast das wort dankeschön möchte ich sie auch alle ganz herzlich begrüßen und dann gleich ins thema einsteigen sonderwirtschaftszonen und die sind alles andere als ein neues phänomen das konzept von freihäfen oder händlern die von ihren schiffen herunter handeltrieben ohne zölle und steuern zu bezahlen war bereits vor jahrhunderten bekannt vom großen aufschwung erfuhren die zonen mit der globalisierung und den export orientierten entwicklungsstrategien seit den 80er jahren das wachstum ist rapide seit den 90er jahren hat sich die zahl der sonderwirtschaftszonen verzehnfacht 1995 gab es weltweit 500 zonen 2018 waren es schon 5400 90 prozent davon liegen nicht in industrieländern was steckt jetzt hinter dem begriff sonderwirtschaftszonen die werden auch oft freihandelszonen genannt oder einfach industrieparks sind zunächst räumlich abgegrenzte zonen innerhalb eines staates oft mit besonders guter infrastruktur dort gelten bestimmte regeln für unternehmen die von den regeln im rest des staates abweichen das können zollbefreiungen sein aber auch sondersteuern eine einfachere verwaltung oder einfacherer zugang zu land ziel ist es ausländische investoren anzulocken arbeitsplätze und wirtschaftswachstum zu schaffen und technologietransfer zu ermöglichen außerdem können ausländische investitionen wichtige steuereinnahmen generieren die der staat zum ausbau von öffentlicher daseins versorge nutzen kann das positiv beispiel schlechthin für diesen effekt ist china das eine in der geschichte beispiellose industrialisierung hingelegt hat auch dank der sonderwirtschaftszonen aber diese entwicklung gab es nicht ohne negative nebeneffekte und wie sich zeigen sollte ist sie in anderen ländern nur schwer reproduzierbar viele sonderwirtschaftszonen scheiterten weil die investoren fernblieben andere boten den unternehmen so große privilegien dass am ende weder arbeiterinnen und arbeiter noch das staatliche gemeinwesen noch die wirtschaftliche entwicklung davon profitierten besonders die afrikanischen sonderwirtschaftszonen werden in der wissenschaft kritisch diskutiert an diese diskussion knüpft die studie der rosa luxemburg stiftung an die uns marcus henn heute vorstellen wird was ist nun die rolle der deutschen entwicklungszusammenarbeit in sachen sonderwirtschaftszonen letztes jahr stand entwicklungsminister müller in der kritik weil er in einem äthiopischen industriepark also einer sonderwirtschaftszone werbung für sein textilbündnis gemacht hatte jetzt zeigten aber recherchen von report mainz dass die näherinnen dort hungerlöhne bekommen in slums hausen müssen und strafen bekommen wenn sie einmal krank sind gleichzeitig gewährt äthiopien bis zu 15 jahre steuerbefreiungen für investoren profit gibt es da doch nur für die unternehmen die menschen oder der äthiopische staat profitieren davon jedenfalls nicht fest steht dass das bmz seine aktivitäten in sonderwirtschaftszonen gerade massiv ausweitet letztes jahr bekam ich auf meine kleine anfrage eine liste mit einer handvoll zonen in tunesien und palästina in die deutsche entwicklungszusammenarbeit fließt jetzt anderthalb jahre später ist die liste fünf seiten lang allein in afrika sind das ägypten äthiopien kotivar marokko ruanda senegal tansania und tunesien und überall werden mit deutschen entwicklungsgeldern sonderwirtschaftszonen gefördert laut bmz sollen diese zonen eingerichtet werden um industrieproduktion in einem umfeld anzustoßen das noch nicht in der ganzen breite unter günstigen investitionsbedingungen steht während sie in den augen des bmz zunächst viele arbeitsplätze schaffen hängt ihr beitrag zu nachhaltiger wirtschaftsentwicklung unter anderem davon ab ob sie lokale wertschöpfungsketten bilden also etwa langfristige aufträge an lokale zulieferer generieren und davon ob sie sich im markt bewähren ob sonderwirtschaftszonen wirklich einen sinnvollen beitrag zur wirtschaftlichen entwicklung in afrika leisten können oder ob sie nicht vielmehr einen ausverkauf zugunsten der investoren darstellen darüber wollen wir heute mehr erfahren und im anschluss gemeinsam diskutieren und noch mal zur wiederholung bei fragen melden die sich bitte per f und a bei unserem administrator steffen vogel sie können ihre frage schriftlich formulieren oder selbst redebedarf anmelden mit reden oder video oder und und nun aber zu marcus henn der und seine studie die illusion der souveränität vorstellen wird ja vielen dank für die einführung sieht man mich jetzt ja muss ich kurz meinen bildschirm noch freigeben so kann man jetzt meine präsentation sehen gut ja vielen dank dass ich ihnen kurz und euch kurz meine studie vorstellen darf mit dem schon genannten titel die illusion der souveränität sonderwirtschaftszonen und sonderstunden in afrika zunächst will ich ganz kurz sagen warum ich diesen steuerfokus hier gewählt habe also ich habe nicht die zonen umfassend bewertet sondern einen fokus gehabt auf die frage der sondersteuern die dort oft gewährt werden auch wenn ich ein paar allgemeinere anmerkungen zu der rolle dazu natürlich schon auch machen werde ich habe den fokus deshalb gelegt weil steuern eben ein entscheidender faktor sind für den staat und auch ausdruck seiner souveränität steuern zu erheben oder auch nicht zu erheben ist einfach das wirklich wichtigste oder eines der wichtigsten was ein staat tun kann und in den ärmeren staaten der welt ist eben eines der probleme dass sie zu wenig steuern haben ich habe eine karte von einem un projekt wo man sehen kann je heller ein land ist desto weniger steuern hat es gemessen an der wirtschaftsleistung je dunkler desto mehr steuern und wir sehen eben dass gerade in afrika bis auf ein paar ausnahmen und gerade so im sahara bereich doch sehr helle länder sind das heißt also da sind auch ziemlich niedrige steuereinnahmen gemessen an der wirtschaftsleistung und das ist eigentlich aus sicht der staaten selber auch ein problem und sie bekennen sich auch dazu diese steuern zu erhöhen und haben auch bemühungen aber es trifft eben auch schwierigkeiten die unter anderem damit zusammenhängen dass man im rahmen von sonderwirtschaftszonen viele steuerbegünstigungen sondersteuern habe ich jetzt immer genannt einheitlich gewährt und ich habe hier mal ein beispiel eben wie das dann aussieht aber das ist eigentlich typisch für sonderwirtschaftszonen auch bei der großen erhebung die letztes jahr die umtat gemacht hat im rahmen ihres world investment report war klar dass sondersteuern der wichtigste faktor bei sonderwirtschaftszonen sind also praktisch die meisten zonen als merkmal haben und das sieht dann eben oft so aus wie hier in tansania da hat man ganz oben zum beispiel eine sondersteuer das ist sagen die extremste form für ganz bestimmte sehr wichtige investitionen ab einer sehr großen größenordnung auch mit vielen arbeitsplätzen verbunden da gibt es eine offizielle einzelverhandlung der steuer man dann wirklich völlig frei erst mal als unternehmen mit dem staat handeln kann und dann folgen sondersteuern die eher gesetzlich auch geregelt sind und zumindest in der umfang klar geregelt sind da hat man eben die betreiber und entwickler einer sonderwirtschaftszone die zehn jahre keine unternehmenssteuer zahlen also unternehmenssteuer verstanden als steuer auf unternehmensgewinne hier in deutschland wäre das quasi die körperschaftssteuer daneben auch keine steuer auf die zur entwicklung notwendigen materialien keine quellensteuer auf diverse einnahmen keine gemeindesteuern keine grundsteuern und noch andere sachen ein bisschen abgestufter ein bisschen weniger bekommt das unternehmen die dann tätig sind in der zone und die vor allem export orientiert sind also 18 prozent exportanteil das ist auch so ein typisches merkmal dass man die besonders steuerlich gut stellt die haben nicht ganz so viele vorteile wie die betreiber aber doch noch eine lange liste dann gibt es noch andere in den zonen tätig unternehmen die eben nicht so hohen exportanteil haben die bekommen da noch ein paar wenige steuer sondersteuern und dann gibt es noch so ein paar sondersteuerformen bei zb produktion fahrzeugen andere starten haben da andere schwerpunkte was ihnen gerade eben als strategischer schwerpunkt wichtig ist und hier sind es eben dann fahrzeuge das also mal so ein beispiel wie das aussieht also es sind auf jeden fall sehr massive steuervergünstigungen zehn jahre lang keine unternehmenssteuer schon ein sehr massiver steuerverlust dann im einzelfall und das ist eben kein einzelfall sondern das ist eine typische entwicklung eine studie des iwf hat einmal schon vor ein paar jahren ermittelt dass es in den letzten 40 jahren einen massiven zunahme gegeben hat der sondersteuern in ihren verschiedenen formen eben steuerlast also völlige steuerbefreiung oder mäßig der steuersatz sonderabschreibung und so weiter und dass das massiv zugenommen hat in diesem studienzeitraum damals in den 35 jahren 1980 bis 2005 und vor allem auch sonderwirtschaftszonen das sieht man auch hier einmal als ein punkt massiv zugenommen haben das ist jetzt alles subsahara afrika in dieser tabelle die wir sehen und dass es noch weiter gegangen ist dass es auch sehr sicher ich habe zum beispiel von kpmg eine übersicht mit sondersteuern gehabt wo inzwischen 37 afrikanische staaten das sind 70 prozent aller afrikanischen staaten mit sondersteuern eben dann arbeiten und das ist vielleicht auch noch nicht vollständig und eben auch besonders häufig gerade in ärmeren staaten sind besonders massive gewinnbezogene sondersteuern das heißt also dass man die gewinnsteuern wirklich erlässt und nicht wie zum beispiel eher in industrie staaten üblich bestimmte abschreibungen erleichtert oder ähnliches was nicht ganz so massive wirkung hat oft ist auch so dass viele verschiedene ministerien oder behörden die sondersteuern gewähren können was dann zu einem flickenteppich an steuern führt auch kompetenz chaos und auch viele problematische wirken hat und auch in dem freiheit zu gewähren daneben zu besonders vielen sondersteuern führt und ein triebfaktor der wiederum dann eher auch auf die industrie staaten zurückgeht sind noch die steuerabkommen die meisten steuerabkommen sind bilateral also deutschland und ruanda oder irgend so eines also das gibt es jetzt nicht konkret aber so als beispiel sind bilaterale steuerabkommen und die sind meist so konstruiert dass ein deutsches unternehmen im ausland abschließend besteuert wird und dann von der steuer in deutschland freigestellt ist und das hat folgende wirkung wenn man natürlich dort abschließend besteuert wird ist es sehr attraktiv auch dann das unternehmen dort hinzugehen wenn es niedrige steuern kriegt das heißt der anreiz für die staaten die niedrigen steuern zu bewähren ist besonders hoch und dadurch wird der steuerwettbewerb noch mal angeheizt durch diese typischen regeln in steuerabkommen was sind jetzt die umsetzungsprobleme also erstmal so technische art da findet man in der wissenschaftlich literatur und auch in den empirischen analysen wirklich eine sehr lange liste die habe ich jetzt nur mal kurz zusammengefasst man findet sehr viele aussagen und das habe ich auch bestätigt gefunden in diskussionen mit praktikern aus den steuerverwaltungen in den staaten selber dass sehr viele umgehungen stattfinden von verschiedenen anforderungen also zum beispiel dass man aktivitäten die erfordert werden wie export orientierung dann eben sozusagen vorgibt wo man sie gar nicht einhält das an mindestkapital vorschriften mindest arbeitsplatz vorgaben und so weiter oder das überhaupt ausländische investitionen vorliegen umgeht zum beispiel über briefkastenfirmen über fälschungen über tricks aller art ähnlich ist das auch bei den bilanzen wo man dann auch gestaltungen findet um abschreibungen zu erschleichen oder um gewinne zu verschieben in die sonderwirtschaftszone obwohl dann vielleicht die tätigkeit die mit zusammenhängen gar nicht dort stattgefunden hat weil eigentlich ist die zon ja schon gedacht für real investitionen es geht hier nicht primär um briefkastenfirmen also um diese dinge die ja oft in medien auch eine große rolle spielen gerade dass man briefkastengewinne irgendwo anhäuft in bermudas oder so es geht ja schon um real investitionen aber nicht immer eben auch bei diesen zonen wird das wirklich eingehalten sondern es gibt eben umgehungen oder es sind ja meist zeitlich befristete steuer vorteile und die werden dann eben auch umgangen indem man zum beispiel einfach nach dem oder kurz vor dem ablauf dieser zehn jahre frist dann insolvenz anmeldet und das geschäft auf eine andere firma verschiebt die dann auch den steuervorteil neu bekommt dann quasi umgeht man diese zeitliche befristung oder man schließt eben sein geschäft sobald die vorteile nicht mehr gewährt werden nach zehn jahren oder kurz davor und damit ist der effekt für das land auch nicht besonders nachhaltig allerdings muss man auch sagen bei aller kritik an sozusagen umgehung von regeln muss man immer auch bedenken dass natürlich jede regel umgangen wird und es auch eher ein praktisches problem ist und ein stärkerer staat und da denke ich haben auch andere länder als die afrikanischen in china zum beispiel glaube ich auch mehr regeln dann auch wirklich gut umgesetzt und konnten es besser kontrollieren weil der staat wird auch stärker war und mehr macht hatte wegen der größe alleine schon verglichen afrikanischen staaten aus anderen gründen das heißt man muss das auch nicht immer nur negativ sehen dass es gar nicht funktionieren könnte so eine regel zu haben jetzt die vielleicht wichtigste frage locken diese sondersteuern investoren an die frage ist nicht so ganz einfach zu beantworten weil natürlich so etwas zu messen wissenschaftlich und dann auch empirisch extrem schwer ist man hatte auch viele faktoren wieder hineinspielen in die wirkung und deshalb ist es schon sehr schwer zu sagen was man aber sagen kann man selbst die typischen wirtschaftswissenschaftlichen studien stellen fest dass wenn überhaupt effekte auch zu finden sind also dass mehr unternehmen angezogen werden mehr institutionen angezogen werden durch steuer maßnahmen dass das eher bei reicheren staaten überhaupt zu messen ist also bei ärmeren findet man eigentlich kaum effekte oder viel schwächere und das heißt wohl dass bei ärmeren staaten typischerweise andere vorteile einen ausschlag geben könnten also zum beispiel dann doch auch ob es infrastruktur gibt ob es arbeitskräfte gibt die im zweifel auch dann vielleicht günstig sind aus sicht unternehmen oder besser ausgebildet sind in china das sicherlich der fall war das heißt solche faktoren sind sogar wichtiger und das gewähren der steuervorteile markt dann überhaupt keinen effekt haben dafür spricht auch dass viele unternehmen wenn man sie fragt fragen warum haben sie investiert auch gerade in ärmeren ländern ganz offen sagen dass die steuern überhaupt keine rolle spielen das sieht man in der tabelle auf der rechten seite wo wirklich also sehr hohe raten sind von irrelevanz der steuern für die investitionsentscheidung bei rwanda eben da fast 100 prozent der unternehmen haben gesagt die steuern waren kein wichtiger faktor für die entscheidung zu investieren das ist zwar jetzt auch nicht immer uniform und in meiner studie habe ich auch in einzelbeispielen durchaus andere aussagen gefunden die dann schon klar sagen unternehmen schauen schon auch auf die steuern also in dem sinne sind die staaten vielleicht auch nicht ganz blöd wenn sie die sondersteuer gewähren weil die unternehmen ja schon auch zum teil darauf sehen aber es ist auch dabei keineswegs so eindeutig wie man vielleicht denkt dass die unternehmen da unglaublich stark drauf schielen und im übrigen ist auch für die studien die sagen dass bei reicheren staaten der effekt messbar ist dass steuer sondersteuern investitionen anziehen durchaus fraglich weil wenn man die details schaut ist dann die frage immer was genau wird da gemessen welche ab investitionen und auch da sind nicht alle investitionen die dann da als positiver effekt gemessen werden sicherlich aus einer kritischen sicht so akzeptabel wenn dann doch nur steuergetriebene investitionen da sind wenn dann doch sagen scheinauslands geschäfte über steueroasen gemacht werden das heißt da muss man auch vorsichtig sein ob das wirklich immer so segensreich ist wenn man jetzt eben doch breiter auf die wirkung der zonen ein bisschen weg von den steuern schaut kann ich auch jetzt nur kursorische anmerkungen machen hier mal ein beispiel in äthiopien ich habe immer versucht für die sechs länderbeispiele die ich untersucht habe unter anderem äthiopien eben zu zeigen was sind die exporte und investitionen weil das sind zwei der haupt dinge die eigentlich gefördert werden sollen mit den zonen also mehr exporte mehr investitionen aus dem ausland in natürlich schon auch für fabriken also direkt investitionen ist da der fachschau und dass man da jetzt immer sehen kann ein bisschen zumindest ist ein klarer effekt messbar in den statistiken wenn die zonen neu eingeführt werden ob dann die exporte oder dem die zonen extrem sich verändern und ich habe hier eingezeichnet für äthiopien jetzt dann die eröffnung der ersten zonen das war damals eine chinesisch betriebene zonen die aber ziemlich gescheitert ist und dann die eröffnung der zonen bolelemi die heute die mit abstand wichtigste und größte ist in äthiopien und wenn man das dann mal sieht dann ist es zumindest nicht so klar dass die exporte jetzt genau wegen der zone extrem nach oben geschnellt wären sonst ist eine schon längerfristige positive entwicklung die jetzt nicht automatisch mit den zonen zusammen zu hängen scheint und auch bei direkt investitionen kann man nicht so eine ganz extreme statistische signifikanz ausmachen glaube ich was zumindest ein indiz dafür ist dass entweder die zonen gar nicht so eine starke wirkung haben oder vielleicht auch nur investitionen die sowieso gekommen wären dann einfach in die zone gehen kriegen quasi die vorteile aber während hat auch sonst gekommen und das wachstum ist gar nicht so ursächlich durch die zonen und so ähnlich wie das hier zu sehen ist ist das zumindest in der literatur der letzten zeit für afrika insgesamt eigentlich sozusagen dass der effekt häufig eher zweifelhaft ist negativ ist also nicht wirklich ein guter effekt festzustellen ist wirtschaftlich bis auf schon manchmal auch ausnahmen bei einigen staaten die als positiv beispiele gelten weil das da auch nicht ganz einheitlich ist und manche wie mauritius zum beispiel sind auch sehr zweifelhaft weil sie echte steueroasen sind oft ist es aber auch schwer nachzuprüfen weil es sehr wenige echte kostennutz analysen zumindest öffentlich verfügbar gibt und auch wenn man auf die webseiten der zonen geht ist auf sehr spärliche informationen die die überhaupt gerechtfertigt werden und es gibt nur sehr wenige öffentliche darstellungen die zahlen oder auch wirklichen argumenten dann das nachprüfbar versuchen darzustellen aber insgesamt auch in der wissenschaftliteratur ist ziemlich große skepsis das mag sich momentan oder die letzten jahre so ein bisschen ändern da gibt es ein paar indikatoren dass es etwas anders sein könnte als die letzten jahrzehnte in afrika aber die sind zumindest noch recht schwach jetzt eine frage auf die ich noch mal den fokus gelegt habe war ob deutsche unternehmen profitieren da bin ich aber auch ehrlich gesagt nicht ganz so weit gekommen wie ich mir anfangs erhofft hatte zum einen ist einfach ein fakt dass deutsche unternehmen relativ wenig in afrika aktiv sind was unser entwicklungsminister müller ja auch oft beklagt und dann immer da groß wirtschaftsförderung betreibt aber es ist einfach auch eine tatsache und deswegen ist auch gar nicht so leicht so viele unternehmen zu finden und dann wiederum welche die auch wirklich in zonen aktiv sind das nachzuweisen und ich habe zumindest die beispiele die ich gefunden habe einmal angeschrieben und aber auch antworten bekommen unter anderem von vw und heidelberg cement vw ist zum beispiel in ruanda aktiv mit einem mit einem tochterfirma die haben mir dann aber gesagt es sei nur ein kleines start-up von vw klingt auch ein bisschen komisch aber das haben sie mir geschrieben und meinten dann es mache aber sowieso nur verluste weil man da nur sachen testet und deshalb zahlen sie schon keine steuern weil es keine gewinne gibt heidelberg cement hat zwar schon gesagt sie sind da aktiv und machen auch gewinne aber die werke in tansania und ghana sind schon so lange dort aktiv dass sie von diesen auch befristeten vorteilen eben nicht mehr profitieren können und nur in einem fall so einen reduzierten satz für regional förderung bekommen der aber keine 6 0 steuern hat sondern deutlich schon auch steuern beinhaltet das heißt also da muss ich sagen konnte ich nicht besonders viel nachweisen dass deutsche unternehmen massiv profitieren von diesen steuern also es war zumindest nicht nachweisbar im rahmen der studie ist aber vielleicht auch zukünftig eine wichtigere frage wenn dann mehr investitionen jetzt kommen auch durch druck von deutschen regierungsstellen zusammenfasst noch mal bevor ich zu den maßnahmen kommen am schluss noch mal meine grundthese der studie die auch mit einer aussage nochmal verknüpft wird von einem der direktoren einer solchen behörde die diese zonen beaufsichtigen oder besser gesagt verwalten nämlich die behörde in tansania und dieser generaldirektor hat gesagt zitat in einem umfeld in dem die gesamte welt um die gleiche investoren konkurriert sind steueranreize unvermeidbar investoren sind fliegende flügel sie gehen immer dorthin wo es ein angenehmes umfeld gibt das ihre geschäft gefördert und das glaube ich bringt es ziemlich auf den punkt die staaten sind nicht wirklich frei wenn sie jetzt diese steuern sondersteuern beschließen sondern sie sind letztlich getrieben durch den steuerwettbewerb und diese souveränität die sie da ausüben ist keine echte sondern ist eben nur eine illusion und wenn dann alle das machen und diese maßnahmen ergreifen dann ist irgendwann auch gar kein wirklicher effekt mehr für die einzelnen staaten zu messen die einzigen die profitieren sind die unternehmen weil die praktisch dann insgesamt weniger steuern bekommen in afrika eben flächendeckend dann überall die zehn jahre steuerbefreiung so im schnitt und das ist dann wirklich nur noch ein vorteil von unternehmen aber keiner für den einzelnen afrikanischen staat deshalb zum abschluss noch mal kurz die maßnahmen die ich zumindest so grob aus der studie heraus empfehlen würde wenn man überhaupt zonen in betracht sieht müsste auf jeden fall besser und öffentlich geprüft werden was sind vor und nachteile und auch alternativen geprüft werden wenn man darauf verzichtet sowohl im vor als auch im nachhinein die entscheidung muss immer vom parlament erfolgen da gab es in den letzten jahren schon bei einigen staaten auch in meinen länderbeispielen erste positive entwicklungen dass zumindest ein bisschen eingeschränkt wird wer da alles entscheiden kann aber es ist nach wie vor ein problem und auch dass nur eine behörde wirklich zuständig ist und das kohärenten setzt dann und nicht so ein chaos entsteht bei der zuständigkeit dann sollte es eher keine gewinnbasierten sondersteuern geben besonders absurd sind solche auch überhaupt bei rohstoffen die man ja auch sowieso als investor sozusagen nur dort bekommen kann wenn da irgendwann rohstoff fliegt selbst da gibt es sehr große steueranreize was völlig absurd ist weil das land hat die rohstoffe ja und kann eigentlich sehr offensiv denke ich eigentlich damit umgehen und muss sich da nicht irgendwie bei den investoren anstellen und investitionen betteln weil die wollen ja die rohstoffe haben und können sie auch dort bekommen dann müsste die praxis bei den steuerabkommen geändert werden das heißt also man müsste diese methode der freistellung im ausland aufheben und er anrechnen die steuer im ausland und dann eben in deutschland nachversteuern auf die deutsche steuer dann würde dieser wettbewerb massiv unterdrückt werden weil dann ist doch gar nicht mehr lohnt aus sicht der afrikanischen staaten diese sondersteuern zu gewähren schließlich müsste man das nur kurz angedeutet weniger investitionsschutz abkommen schließen die nämlich auch steuermaßnahmen einschränken und schließlich müsste man regional und global besser koordinieren da gibt es auch ansätze als auch diese unionen die es gibt in afrika die westafrikanische und ostafrikanische die haben genau dieses thema auch den steuerwettbewerb einzudämmen und sind zum teil da auch schon ein bisschen erfolgreich das müsste aber weitergehen und auch global gibt es da momentan eine diskussion wo solche dinge zumindest teilweise diskutiert werden allerdings das muss man aussagen diese staaten machen das ganze nicht grundlos mit den sondersteuern sie wollen investitionen haben ihre wirtschaftskraft stärken sie wollen exporte haben die bei aller kritik an exportorientierung zu deutschland zum beispiel ja auch verständlich sind auch in deren lage deshalb muss man da auch dann lösungen finden die ihnen nicht alles untersagen an förderung für bestimmte wirtschaftliche maßnahmen soweit meine einführung in die studie vielen dank ja vielen dank marcus henn von weltwirtschaft ökologie und entwicklung noch mal der hinweis die studie die marcus henn gerade vorgestellt hat ist auf der webseite der rosa luxemburg stiftung abrufbar und auch als druckausgabe zu bestellen nun geben wir das wort dr frauke frauke banse die als mitarbeiterin an der universität kassel spezialistin ist glaube ich für afrikanische wirtschaften für wirtschaftskooperationen und für auch die gewerkschaften in westafrika also dein kommentar interessiert uns alle sehr ja vielen dank vielen dank für die einladung vielen dank marcus auch für die sehr interessante umfangreiche studie ich muss hier kurz mit meinem computer klarkommen ist ja für uns alle eine neue situation hier genau also genau meine aufgabe war es ja zu kommentieren genau ich finde marcus aus eine ausgesprochen gut recherchierte studie geschrieben basierend auf einer sehr soliden auswertung der literatur und die hat sehr viele dinge die ich schon immer mal wissen wollte nämlich zum beispiel die unterschiedlichen besteuerungssysteme der afrikanischen staaten wo ich immer gesucht habe und endlich habe ich hier ein kompaktes werk wo ich gut nachschlagen kann zur ungleichbehandlung von lokalen und ausländischen kapital es gibt eine sehr gute zusammenfassung des bezüglich hinsichtlich der doppelbesteuerung unterschiedliche ministerielle kompetenzen hattest du angesprochen verschiedene tricks aller art sich sozusagen diese steuern auch zu erschleichen das ist alles ausgesprochen interessant was ich auch noch mal die sich ja noch mal stärker mit im kompakt aus afrika auch beschäftigt hat sehr interessant fand war eben dass dieses dieses sozusagen dieses plädoyer aus dem kompakt aus afrika das interne steueraufkommen erhöht werden soll dass das sich offenbar aber nicht in der besteuerung von ausländischen direktinvestitionen niederschlägt sondern offensichtlich korrigieren mich aber so habe ich es gelesen eher der gegenteil das gegenteil der fall ist und hier so zurück zurückgefahrenes steueraufkommen zu verzeichnen ist das fand ich sehr interessant auch hast du vielleicht einen guten überblick über die diskussion über die so sonderwirtschaftszonen gegeben und eben auch die methodologisch sehr problematische wirkungsanalyse ja bringen die jetzt was oder bringen die nichts da hast du verschiedene gibt es eben keine einheitlichen mess parameter das ist wirklich eine sehr schöne studie oben auch ein gutes kompaktes werk hier zu haben vielen dank dafür ich bin aber ja für einen kommentar eingeladen worden und deswegen auch für eine kritik dieser studie und das mache ich jetzt mal und zwar bezieht er sich so ein bisschen auf das forschungs design und auch die forschungsfrage das ist jetzt keine akademische gymnastik sondern hat glaube ich inhaltlich politische relevanz du hast auf seite 7 deine fragestellung die will ich hier ganz kurz noch mal vorlesen vielleicht weil ja nicht alle die studie gelesen haben also es geht einerseits darum doch wie souverän ist ein staat wenn er unternehmen sondersteuern gewährt insbesondere wenn es sich um einen ärmeren staat handelt da hast du ja was wir eben auch dazu sagen das ist ja dein schwerpunkt dann auch die frage rechnen sich die steuerlichen und sonstigen kosten also beispielsweise für infrastruktur für eine sonderwirtschaftszone wie umstritten sind sondersteuern in einzelnen staaten und was sind alternativen und dann eben das was du eben auch kurz vorgestellt hast die profitieren deutsche unternehmen von der sondersteuer oder sondersteuern mit dem hinweis auf den allgemeinen steuerwettbewerb stellst du fest das hast du eben auch zusammengefasst dass sich die annahme staatliche souveränität als illusion erweist entsprechend verweist ihm auch die notwendigkeit an der überregionalen und internationalen kooperationen und lösungs wegen und du stellst eben fest dass nur wenige deutsche unternehmen von sondersteuern gruppe zu profitieren scheinen zwei der vier fragen aber sind nicht wirklich beantwortet worden und das ist auch schwer wenn der fokus auf steuern gelegt wird nämlich a die frage ob sich die kosten lohnen ja und dann wie umstritten sie sind okay das da müsste man vielleicht noch mal gesellschaftlich in die diskussion reingeht das übersteigt dann auch den rahmen dieser studie und das ist auch eine andere frage aber eben auch welche alternativen gibt es genau und ich glaube das lässt sich mit dem angelegten forschungs design nicht wirklich beantworten und ist auch eng damit verbunden was als erfolg bewertet wird und du hast ich habe es eben schon gesagt du gibst ja selber zu zu bedenken dass die erfolgsmessung problematisch ist und dass es hier keine einheitliche mitologie gibt trotzdem fragst du nach dem erfolg wenn du fragst hat es sich gelohnt das ist ja so was wie eine erfolgsfrage ja und es gibt dazu keine wirkliche definition du es gibt dazu andeutung auf seite 8 erwähnst du kurzfristige wirken die interessieren mich jetzt erstmal nicht sondern mich interessieren die langfristigen entwicklungspolitischen wirkungen die vielleicht von so einer sondertzone ausgehen können das ist der wissens und technologietransfer zur steigerung der wertschöpfung diversifizierung der ökonomie qualifizierung der beschäftigung und eben verbindung zwischen sonderwirtschaftszone und lokaler ökonomie ja also sozusagen dass die die forward and backward linkages in innerhalb von globalen produktionsnetzwerken genau eng mit der frage von lohn und erfolg verbunden ist die frage danach wieso sich eine bestimmte politik von sonderwirtschaftszone in china oder auch südkorea unter bestimmten gesichtspunkten gegebenenfalls bewertet auch da müssen wir noch mal gucken was eigentlich ihr erfolg ist und du erwähnst es auch in deiner studie sowas wie arbeitsrechte autoritäre staatlichkeit und so weiter fallen eben bei dieser ganzen frage oft hinten runter aber das war jetzt erstmal können wir vielleicht eine diskussion noch mal aufgeben wichtig ist aber die frage weshalb klappt das offensichtlich auch in den verschiedenen methodologien offensichtlich in afrika so nicht weshalb ist dieser erfolg so nicht absehbar nicht oder nicht feststellbar ja vergleich china südkorea afrikanische staaten und das lässt sich glaube ich mit einem sehr stark komparativen fokus auf steuern nicht beantworten und ich glaube hier braucht man spezifischeren blick auf die politische ökonomie afrikas um denen näher nachzugehen dann zwei deine zwei sozusagen die zwei der vier forschungsfragen etwas substanzieller beantworten zu können ich kann es jetzt hier nur hypothesenartig ausstellen aber es ist vielleicht eine ganz schöne diskussionsvorlage afrika hat insbesondere in der schuldenkrise und den strukturanpassungsmaßnahmen ein seiner industrie die sozusagen nachholenden entwicklung aufgebaut wurde ganz zart ja es entweder sozusagen zum stillstand gekommen oder auch zurückgefahren worden und wir sehen heute mit ausnahme nordafrikas und südlichem südafrikas einen ausgesprochen geringen anteil an verarbeitender industrie und mit einem sehr geringen produktivitätsniveau mit dem fokus auf den für uns alle bekannten komparativen kosten vorteil zur schuldentilgung hat die abhängigkeit von rohstoff exporten nochmal zugenommen und jedes sogenannte upgrading also jedes sozusagen jede teilhabe an den globalen produktionsnetzwerken trifft auf ein ausgesprochen wettbewerbsreiches globales umfeld auf der unteren ebene der globalen produktionsnetzwerke und so sehen das eben auch beim versuch von äthiopien irgendwie mitzuhalten in der globalen textilindustrie und sie unter wo es sozusagen sehr sehr hohen wettbewerb gibt weil eben die textilindustrie eines der einstiegs industrien sozusagen ist mit einem relativ geringen maschinellen aufwand etc und was geschieht äthiopien unterbietet bangladesh da du erwähnst glaube ich 49 dollar ich glaube es sind 29 jedenfalls vom lohnniveau massiv das bisher als niedrigslohn land bangladesh bekannte textilproduktions so das ist sozusagen ja der preis der gezahlt wird um mitzuhalten in den globalen produktionsnetzwerken ähm genau so äh also äh genau zweiter nächster punkt wir sehen auch dass ähm äh die afrikanischen ökonomien ausgesprochen stark vom ausländischen kapital dominiert werden glaube nochmal stärker als andere regionen dieser welt und das macht große politische und ökonomische probleme darauf können wir später nochmal eingehen du hast so einen leichten einschlag finde ich das nochmal positiver zu sehen ich glaube das ist deutlich problematischer denn diese globalen produktionsnetzwerk und damit dann eben auch jene die sich dann in afrika auch äh zeigen sind sehr stark von sogenannten lead firms dominiert die eben die bestimmten investitionsregeln sehr stark vorgeben auf kosten der oben genannten entwicklungsziele ja technologietransfer wertschöpfung steigerung et cetera infant industry promotion local content provision also sozusagen bestimmte vorgaben wie eben eine nachhaltige investitionspolitik die eben auch eine nachhaltige entwicklungsperspektivenschaft tatsächlich gemacht werden und da kann man vielleicht noch mal auf die diskussion darauf eingehen sonder wirtschaftszonen tendieren dazu den einfluss dieser ausländischen direkt investitionen noch zu verstärken und ich glaube wir können das in ghana beobachten wo ja der im tat report sagt okay die sonder wirtschaftszonen in thema in ghana ist hier eine ausnahme die kann vielleicht als erfolg gewertet werden ich glaube das ist so da ist die umtat liegt sie dann mal falsch glaube ich können wir noch mal später drauf eingehen ähm genau die rohstoffabhängigkeit und die starke dominanz von ausländischen direkt investitionen führt eben zu einem massiven abfluss von wert aus dem afrikanischen kontinent der eben auch den rückfluss durch die entwicklungshilfe massiv übersteigt so und all diese elemente unterscheiden den afrikanischen kontinent fundamental von zum beispiel china und südkorea die ihre industrialisierungsstrategien sehr zielgenau unter sehr stark staatlichem schutz unter und unter einem weit weniger kompetitiven globalen umfeld geführt haben als wir es jetzt haben ja hinzu kommt noch bei südkorea die geopolitischen vorteile etc wir müssen also wenn wir sozusagen die frage des erfolges stellen ja und wieso oder beziehungs des misserfolges müssen wir sozusagen steuern sind relevant für die sonderwirtschaftszonen das ist eines ihrer merkmal aber wir müssen sozusagen noch mal stärker auf die politische ökonomie dieser sonderwirtschaftszonen eingehen und sie in den kontext stellen dort wo sie äh wo sie etabliert werden sollen ähm um dann eben zu fragen hat sich es gelohnt und was sind eigentlich die alternativen äh noch vielleicht eine anmerkung zum schluss die wir vielleicht in der diskussion aufnehmen können diese frage ob deutsche unternehmen da jetzt sind oder nicht finde ich gar nicht so relevant das hast du ja aber eben auch schon gesagt sondern wichtig ist eben zu gucken wie ist es weiter in der zukunft und was tut die deutsche bundesregierung um das vielleicht auch zu ändern gut das jetzt als ganz schnellen rundumschlag wir haben gleich noch mal möglichkeit das zu diskutieren vielen dank ja vielen dank frau gebannse vielen dank frau gebannse damit steigen wir jetzt in die diskussion ein vielen dank sie haben schon sehr viele fragen gestellt über die frage und antwort funktionen die sich am boden oder oben an ihrem bildschirm befindet je nachdem wie sie ihr zoom eingestellt haben wir werden und bitte fügen sie den fragen hinzu in welcher form sie die stellen wollen es gibt die möglichkeit dass sie die selber mündlich stellen dass sie die selber mit video stellen selber mündlich dann schreiben sie bitte audio dazu mit video dann bitte video dazu schreiben oder dass die schriftliche frage vorgelesen wird dann reicht schriftlich als kurze anmerkung damit wir wissen wie wir vorgehen die fragerunde eröffnen jetzt erstmal eva maria schreiber und ich eine ganz kurze frage meinerseits und erstmal eine große entschuldigung wir haben eine hervorragende veranstaltung soweit und weder das wort corona noch covid 19 sind bisher genannt worden das ist einzigartig in dieser zeit und jetzt mache ich alles kaputt denn ich sage gut irgendwann ist das alles vorbei und und trotz aller rück führungsmaßnahmen was globalisierung angeht und da knüpfe ich bei dem an was frau gebanse gesagt hat globalisierung wird nicht ändern aber europa und natürlich auch usa und so weiter während ihre strategien anpassen und dazu wird auch gehören in den lieferketten zusätzlich zu dem was jetzt schon geschehen ist abhängigkeiten zu reduzieren also ist jetzt natürlich in die zukunft geguckt aber es geht ja auch ökonomisch gar nicht die lieferketten vollständig zu kappen rohstoffabhängigkeiten sind da zu attraktiv sind die billigen ressourcen und die billigen arbeitskräfte die man sich ja auch unter anderem durch die sonderwirtschaftszonen erschließen will aber wird nicht noch mehr akzent auf diversifizierung gesetzt werden und das bedeutet noch mehr standortkonkurrenz noch mehr steuersenkungs und steuerbefreiungskonkurrenz kann man eine solche entwicklung oder vielleicht sogar beschleunigung dieser entwicklung absehen und auch ein zunehmendes interesse an einflussnahme auf die wirtschaftspolitiken der afrikanischen staaten so dass das was einige afrikanische intellektuelle jetzt sagen wir müssen eigentlich eine stärkere wirtschaftspolitische souveränität erlangen auf jeden fall versucht werden wird von europäischen staaten zu verhindern und da wäre natürlich die erneute verschuldungskrise die sich ja auch nochmal verschärfen wird auch ein willkommener anlass die konditionalitäten und die den reformteil der reformpartnerschaften zu erhöhen also da würde mich die einschätzung von marcus und frauke sehr interessieren genau in dieser eröffnenden fragerunde gebe ich dann jetzt das wort weiter an eva schreiber und dann machen wir eine erste antwortrunde und dann machen wir eine eine dann gehen wir auf die jetzt schon zahlreichen fragen aus dem fragen und antwort chat ein ja eva ja dann habe ich auch ein paar fragen erstmal an marcus und dann nachher auch an frauke marcus du hast ja in deiner studie sechs afrikanische länder verglichen wo hast du die vergleichsweise strengsten steuerregeln beobachtet und wo die stärksten befreiungen und wir hatten ja eben schon mal china angesprochen gibt es denn dort auch sonderwirtschaftszonen unter den von dir analysierten von denen du den eindruck hast dass die kosten nutzen rechnung positiv ausfällt und am schluss hast du ja sehr deutlich den steuerwettlauf nach unten beschrieben wenn alle mitmachen hebt sich der effekt auf es profitiert dann nur noch die privatwirtschaft welche rolle spielt die bundesregierung aus deiner sicht beim kampf gegen diesen wettbewerb und meine fragen an frauke banze könnte es sein dass regionale handelsintegration eine alternative zu diesem auf exporte und investitionen ausgerichteten entwicklungsmodell sein gerade wird viel über die afrikanische freihandelszahlen diskutiert die einerseits eine solche regionale integration koordination der afrikanischen staaten bedeuten könnte andererseits unter den gleichen vorzeichen des freihandels dogmas geschieht wie bewerten sie diese entwicklung und wie sehen sie die rolle der bundespolitik im hinblick auf die zunehmende förderung von sonderwirtschaftszonen das waren meine anfangs fragen und jetzt gebe ich weiter an ja marcus henn und danach frauke banze so jetzt hört man mich wieder oder ja ja also zu den fragen konkret also erstmal die frage streng und lax also ich denke mal das extremste war das in einem der staaten wirklich auch eine völlige steuerbefreiung mögliche also mehr als eine einzelverhandlung sondern wirklich eine völlige steuerbefreiung bei einer extrem hohen investition da in ruanda das heißt also das ist wirklich die extremste form umgekehrt hat ruanda aber zum beispiel keine zonen gebundenen steuern das heißt sie sind da wieder ein bisschen zu also nicht so fixiert auf die zonen sondern geben einfach bestimmte tätigkeiten bestimmte steuerbefreiungen weil sie sich davon vielleicht mehr versprechen in den meisten staaten ist aber eben das schon an zonen geknüpft und in drei von den sechs gibt es diese einzelverhandlung was schon ziemlich hohe quote ist für diese für diese geringe auswahl also die hälfte quasi hat diese einzelverhandlung und dann eigentlich alle eben diese 10 bis 15 jahre steuerbefreiung da ist eigentlich keiner finde ich jetzt besonders viel schwächer der einer vielleicht ein bisschen weniger aber es ist also nicht so dass einer von den untersuchten jetzt gar keine vorteile gehabt hätte es gibt aber schon zum beispiel in südafrika ist es so dass das da nur ein reduzierter steuersatz gewährt wird also keine billige steuerbefreiung das heißt die machen nicht diesen totalen steuerwettbewerb mit das ist aber nach meiner erinnerung die das einzige land gewesen in dieser KPMG bei sich also bei 37 staaten das wirklich nicht so eine weitgehende befreiung gewährt allerdings gibt es ja auch noch staaten in afrika wiederum die da nicht mit dabei sind glaube ich gar keine sondersteuer existieren also das bin ich völlig sicher aber ich glaube es ist nicht so dass alle staaten schon was gemacht haben eher so als umkehrschluss aus der KPMG bei sicht würde ich das jetzt mal mutmaßen zu der frage kosten nutzen da hatte ja frauke bannse schon auf das kernproblem der studie hingewiesen was ich völlig eigentlich nur bestätigen kann leider wir hatten eben versucht wirklich den punkt zu isolieren mit den steuern zugleich aber zu sagen wird die steuern gerechtfertigt womit man aber eigentlich mal die gesamtbewertung braucht und das ist sagen nur zum teil dann auch möglich gewesen ich habe jetzt das auch nicht so im fokus gehabt bei der präsentation es ist etwas mehr drin in der studie noch an aussagen die allgemeiner sind unter anderem auch eine liste mit mit warum in china das wohl besser funktioniert hat als in afrika wo es nicht nur glaube ich gründe gibt die in der chinesischen geschichte liegen zum beispiel bessere ausgebildete arbeitskräfte und besseres gesundheitssystem wo einfach eine ganz andere basis bei den arbeitskräften als in afrikanischen staaten oder auch dass die eine günstigere restauration hatten märkte wurden zum teil geöffnet die globalisierung war gerade eher im aufwind in diesen zeiten 60er 70er 80er jahre während jetzt ja gerade unter anderem mit corona weil auch die frage ja war und auch schon davor die stimmung etwas kippt und diese globalisierung der ketten vielleicht nicht mehr so ungebremst zumindest wächst wie früher ob sie jetzt wirklich dann zurückgeht ist sicherlich eine ganz andere frage aber auf jeden fall nicht mehr so günstig ist die situation global historisch wie als china eingestiegen ist und china hat auch einfach einige sachen besser gemacht zum beispiel die glaube ich auch recht bekannte politik dass man immer schon ventures bilden muss zwischen investoren aus dem ausland und chinesischen unternehmen wo dann auch auf dauer das management eingebunden werden musste dann wurden leute also angebildet dann auch ahnung hatten von dem ganzen und dann irgendwann ihre eigenen firmen in den zonen gründen konnten ihre eigenen zonen gründen konnten und so weiter china hat sicherlich auch gut gemacht dass sie eigentlich soweit ich jetzt weiß im wesentlichen eigene zonen hatten also staatliche zonen während man in afrika immer so ein bisschen rum experimentiert hat mit privat betriebenen zonen und zuletzt auch eben auch mit china betriebenen zonen die aber auch nicht immer erfolgreich waren also äthiopien hatte ich ja eben genannt da hat man es erst mit china versucht und dann ist gescheitert und dann hat man eine eigene gemacht jetzt das wohl vergleichsweise besser funktioniert das heißt da ist auch nicht immer das chinesische modell kopiert sondern man macht dann mal eben etwas wo man dann china als ausländischen investor eigentlich herein lässt der die zone betreibt und natürlich wie betreibt das sie völlig im interesse seiner eigenen chinesischen wertschaffungskette und das ist sehr klar dass das nicht so profitabel sein kann für das land damals was china gemacht hat mit seiner eigenen sehr auf die eigenen interessen doch fokussierten politik soweit ich das einschätzen kann das heißt also da wurde sicherlich auch einiges besser gemacht in china was man so in afrika falsch macht einiges können die afrikanischen staaten auch nicht besser machen und die frage eben ob das jetzt kostennutzmäßig sich rechnet ich hatte eben gehofft dass man zumindest über die steuer etwas mehr an informationen herausbringt auch mit dem doch begrenzten rechercheamt den ich hatte wie wird diese steuervorteil gerechtfertigt weil man ja eigentlich dann auch rechtfertigen muss was sind die vorteile also und was sind die nachteile und das ist aber doch ziemlich dünn ausgefallen und auch auf den webseiten der zonen beim ministerium auch die nachfragen nicht gestellt habe ist doch relativ wenig rausgekommen und oft nur sehr grobe aussagen dass man da irgendwie den besten standard macht der üblich ist das kann man sich vorstellen das ist halt dieser standard mit zehn jahren steuerbefreiung das sagt aber nichts darüber aus dass die wirklich eine prüfung gemacht haben ob das wirklich in ihrem fall und für die illustrieren die sie fördern wollen sinn macht oder nicht es scheint mir eher sehr pauschal zu sein und eben ohne große prüfung und es fanden sich wirklich nur wenige aussagen ich glaube richtig konkret mal nur eine die versucht hat über längere zeit zu rechtfertigen so viel investition hatten wir in den letzten 30 jahren war es da glaube ich so viele exporte und so weiter und dann hieß es eben in dieser darstellung und irgendwelche dissidenten würden quasi das irgendwie runterreden den erfolg der zonen aber ein weites riesen erfolg aber das war tansania und demselben land aber war es sogar so dass der rechnungshof von tansania auch gesagt hat die steuerbefreiungen seien zu massiv und sei nicht gerechtfertigt also keineswegs nur dissidenten wo das dann von den behörden so dargestellt wird also auch innerhalb der staaten gibt es schon eine diskussion oder in senegal ist zum beispiel ein präsidentschaftskandidat klar gegen die zonen aufgetreten und auch ein parlaments ausschuss das heißt es gibt schon eine innerafrikanische oder innerstaatliche diskussion die ich auch nur zum teil eben entdecken konnte aber die auf jeden fall da ist und das ist nicht nur unhinterfragt dort da bin ich ganz sicher und konnte es auch zumindest für zwei staaten klar zeigen das heißt aber diese kosten nutzen frage scheint mir eher man kann die wahrscheinlich auch nicht ganz beantworten das wenn man das dann noch alle effekte mit arbeitsplätzen und so ist es auch extrem schwer zu quantifizieren wahrscheinlich es ist eher ein gefühl dass im afrikanischen fall sich das oft nicht so gerechnet hat nach den standards die man sich selbst eben setzt wir wollen exporte schaffen wollen institutionen schaffen wir wollen langfristig wissen transfer und so weiter haben aber wirklich nachweisen glaube ich würde sich das nie lassen man könnte aber deutlich mehr machen jetzt die rolle der bundesregierung kann ich nur zum teil vielleicht beantworten es gab ja die anfragen der linken wo man versucht hat da auch sachen auszukriegen zuletzt noch mit einer antwort die eben diese größere zahl anzuhören erbracht hat wo aber dann eben leider nicht spezialisiert war was genau die bundesregierung dort tut zum teil wohl eben beratung zum teil auch mit der gz dort vor ort aktiv aber so genau war es auch nicht teil meiner studie sich das anzusehen was genau das gmz dort macht deswegen kann ich das nur begrenzt beantworten vielleicht haben da auch noch andere oder frauke vielleicht noch eine genauere antwort drauf weil das habe ich nicht so untersucht ja vielen dank für die ersten schon sehr sehr ausführlichen auf antworten frauke für dich bleibt trotzdem ein bisschen was übrig jetzt hören wir dich nicht zu deiner frage 19 etc ist natürlich ganz schwer zu sagen was es ist jetzt einfach mal eine hypothese ja die ich jetzt mal so vage aufzustellen ja ist ja also wenn wir uns die expansions strategien zum beispiel von vw angucken auf den afrikanischen mark da hatte markus ja schon erwähnt in ruanda ghana noch ein drittes land habe ich jetzt gerade vergessen südafrika natürlich gibt es erste investition das sind in der tat noch kleinere investitionen aber der afrikanische automarkt gilt als möglicher mögliches expansionsfeld oder als 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 wachsend wenn es denn entsprechende kreditmöglichkeiten gibt da können wir später noch mal darüber sprechen was für probleme das mit sich bringt was verschuldungssituationen etc angeht von von privataushalten aber erstmal gibt es dafür einen potenzial und auch einen aus sozusagen eine expansion von e-mobilität und eine andere marktmöglichkeit und das ist kann natürlich wir müssen sehen ja ob das tatsächlich dann so stattfindet aber mit der absatzschwierigkeiten in europa kann es vielleicht auch noch mal eine andere orientierung geben keine ahnung aber das ist jetzt einfach nur wirklich sehr hypothetisch formuliert ich es ist schwer dazu was zu sagen der afrikanische kontinent bleibt weiterhin von höchster strategischer bedeutung was rohstoffe angeht aber eben auch was steigende konsum konsum konsumenten märkte angeht genau so das ist erst mal und ich glaube daran ändert sich auch erst mal nicht so viel ja genau ja zu den regionalisierungen zur afrikanischen freiheitszone das wenn man china und afrika vergleicht ne da hattest du ja markus was natürlich für china ein wichtiges faust fand ist es der große markt aber es gibt eine einheitliche industriepolitik die gibt also die die sehr starke investitionsregelungen hat und also hatte und immer noch hat ja und die wird natürlich so in afrika nicht zur anwendung kommen und erwähnte eben schon die starke starke dominanz von ausländischen investoren auf dem afrikanischen markt und es ist zu befürchten dass vor allem diese eben von einer großen freiheitszone profitieren werden also ich bin da ausgesprochen skeptisch er wäre es sozusagen regionalere kooperation die ist ja auch auch schon dann in den verschiedenen wirtschaftsregionen dann gibt wo es dann gemeinsame zollpolitik gibt auch gemeinsame industrieförderung zum teil gab und so weiter das ist eher sozusagen glaube ich eine vielversprechendere perspektive da drin noch mal was zum erfolg bekommen noch mal zu dieser thema freiheitszone soll ich dazu jetzt schon was sagen ja soll ich jetzt schon mal was sagen weil diese erfolgsfrage die frage der messung ich glaube wir müssen da tatsächlich politischer denken ich möchte dazu ein beispiel geben also ich habe das passiert jetzt auch auf einem nochmal auf dem e mail wechsel den ich mit dem third world network in ghana geführt habe eben weil du bei eben die ungt hat studie diese thema in weiß nicht genau wie sie heißt diese thema freiheitszone in ghana als eines der wenigen erfolgsbeispiele angeht und ich habe mich gerade gefragt was wird da wie erfolgreich gemessen und es hätte halt sozusagen linkages entwicklung also sozusagen verbindung zur lokalen ökonomie hätte gegeben und so weiter und jetzt gebe ich erstmal das hypothesenhaft weiter was mir die kollegen von third world network gesagt haben das müsste man dann den was immer empirisch überprüfen und so weiter genau also soll eine wertschöpfungssteigerung gegeben haben und was wo der kollege dann halt auch hinweist ist ja es gab sozusagen eine ansiedlung von kakao verarbeitende industrie von einer schweizer firma und einer us firma das hätte aber dazu geführt dass die vorher bereits vorhandene nationale kakao verarbeitungs firma pleite gegangen ist weil sie eben in konkurrenz gesetzt wurde das heißt es gab hier sozusagen kein added value was verarbeitung angeht sondern es gab sozusagen eine verschiebung der wertschöpfung in diese in die sonderwirtschaftszone sehr stark getragen von kommt gerade eine nachricht sehr stark getragen von ausländischen direkt investoren und zu ungunsten der 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 nationalen wertschöpfungssituation was hat zu einer stärkeren dominanz dieser unternehmen geführt hat und hier kommen jetzt mal auf die politische die politische relevanz sind und diese unternehmen zusammen mit den thunfisch produzenten in dieser zone im thema hätten eben auch sehr stark lobbypolitik für die unterzeichnung der freien abkommen der economic partnership agreements in ghana gemacht also wir haben sozusagen auch die politische denn die politische einflussnahme dieser so geförderten unternehmen und die müssen wir mit einbeziehen wenn wir über die frage des erfolges sprechen wir können uns nicht die sonderwirtschaftszone isoliert angucken da hat der kollege jetzt auch allerhand rechenbeispiele weshalb die umtat da irgendwie falsch liegt mit ihren berechnungen weil sie ja das kann ich jetzt das ist sozusagen noch mal was die wachstumsraten angeht und so weiter mir geht es jetzt aber um die politische machtdimension die sich da entwickelt hat und wo es sozusagen eher sozusagen wenn man davon ausgeht dass freihandel in der form wie es die epas gemacht haben schädlich ist für den aufbau einer lokalen wertschöpfung und lokalen industriepolitik dann hat sich das für das gesamte land negativ ausgewebt und vor allem auch für die region also wir dürfen diese sonderwirtschaftszone nicht isoliert betrachten sondern in ihrer politischen dimension und der politischen dimension dessen und deswegen ist dessen was erfolgsmessen und ich glaube da kann ich dass das ist nicht in dem sinne quantitativ zu messen sondern ich muss es politisch beurteilen das ist einfach noch mal eine andere perspektive auf die frage des erfolgs danke frauke danke frauke für diese sehr wichtige perspektive du dabei angemerkt hast third world network ghana ist natürlich auch ein analytisch hervorragende organisation nun haben wir eröffnen wir die frage und antwortrunde und das heißt auch wie vorhin versprochen ich werde jetzt die aufnahme beenden ja ich ja ich jetzt wir über